Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Runde Overwatch im Ranked mit Shigo. Hallo. Kings Row. Kings Row ist eine ganz normale Map. Wir spielen wieder Ranked. Diesmal sind aber schon Leute gerankt, die bei uns sind. Also wir sind anrankt noch. Das ist unser zweites Probespiel und wir haben schon einen Gold und einen Platin. Das ist Silber. Silber ist das. Platin glitzert. Beziehungsweise ist glaube ich Diamant. Und da sieht man doch trotzdem nichts. Das mit den Rängen hätten wir alle einen Rang haben sollen. Wir haben drei Zweierteams und die haben vier Randoms und eins feiert. Der einzige Unterschied. Ich bin sehr gespannt, dass wenn wir alle zehn Spieler am Ende gemacht haben, wie unterschiedlich unsere Punkte sein werden. Wenn das so ist. Es wird so sein auf jeden Fall. Ich habe ja auch bei meinem PTR gerankt fast nur verloren. Ich habe drei Matches gewonnen. Ne zwei Matches gewonnen. Eins Draw und wurde Gold eingegrannt. Ich dachte ich werde Bronze oder noch schlimmer. Gold ist ja eigentlich die Mitte, wenn nicht sogar noch unter der Mitte. Gold ist ja eins unter der Mitte. Aber dafür, dass ich fast nur verloren habe, weil ich Vollpfosten Bobos hatte, war das okay für mich. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Angreifer nähern sich. Oh, die bauen mit drei Tanks auf. Oh nein. Ja. Könnte Probleme abstellen. Ach, Shade, ich get down. Der McCree hat 1 AP und dann hat sich der dicke Tank da vorgestellt. Unfreiwillig. Dann mach ich wieder safe. Da ist die Zarya. Ich bin immer wieder auf sich. Komm, wer denn einen Angriff ab? Nein. Ich bin down. Helden sterbe nicht. Wir hemen den Punkt ein. Haltet sie auf. Noch bin ich hier nicht fertig. Das ist unser Punkt. Halte die. Oh nein. Wer ist denn gut gegen Tanks? Hätte man noch hingen können. Im Rank dauert das Tappen anscheinend länger. Oder überhaupt. Ja, aber alleine geht bestimmt noch weiter. Halt sie die Fracht auf. Halt sie die Fracht auf. Komm, der geht down. Äh, chillt. Wie neu geboren. Mitten ins Herz. Ist das alles was ihr drauf habt? Kaila ist down. Oh nein, ein Soldier. Soldier habe ich. Muss nach oben, nach oben, nach oben ging es hier glaube ich gar nicht. Wir den heil haben wir wieder. Wir sind alle wieder voll mit down. Weiter Weg. Okay, den wichtigen hören wir schon mal. Oh, der Reinert ist fast down. Einer ist down. Da ist eine Bombe. Jetzt ist die Saria, schild sich grad weg. Oh, fuck. Die Mann war fertig. Jetzt unsere Chance. Ich bin alleine hier. Okay, ich hab die Saria. Oh nein. Das war nix. Hier ist ein Reaper hinten, der mich auffällt und wenn es mir auf den Sack geht. Schau ihn doch. Du machst mehr damage als er. Aber er hat mich gleich tot. Ja, ich bin natürlich dort da und freue mich. Wenn ihr beide 100% habt, haust du ihn vorher. Das? Ich stürze mich wie deinst Getümmel. Der Wolf kennt seine Beute. Oh, das war so. Ich kriege mich auf das Gebäude. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war so viel mit. Oh, Mann. Ich bin jetzt nicht zufrieden. Ich bin mein Faktor. Oh, Mann. Ahnach! Bereit zum Gefecht! Noch lasse ich den Hammer nicht fallen! Runde 1. Abgeschlossen. Punktestand. 0 zu 3. Seitenwechsel. Punktestand. 0 zu 3. Seitenwechsel. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Dann halt mich! Nehme ich ihn da jetzt. Ich bin eine Ein-Mann-Apokalypse. Was gibt's da zu glatzen? Du! Oh, Quack! Ha! Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Keine Sorge, Freunde! Ich bin euer Schiff! Boah! Ein Handzau steht direkt auf der Figur oben auf dem Kopf. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Ja. Au. Oh! Nope. Isla down. Der Road Dogger ist nicht mehr so viel. Ich bin da, Sniper oben, den kannst du rausführen am Fenster. Ich hab grad noch keinen... Jetzt noch... Was ist das? Der Road Dogger ist nicht mehr so viel. 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 Der Road Dogger steht abwärts. Okay, weiter. Der Road Dogger ist nicht mehr so viel. Der Road Dogger ist nicht mehr so viel. Der Road Dogger wird nicht mehr so viel, nicht mehr so viel. Junk ist down Der Dicke ist down Oh nein Ich bin noch lange nicht fertig Gegner werden wiederbelebt Junk ist wieder down Oh shit Oh shit Komm schon Schieß doch Meine Fresse Die Karte ist in Bewegung Okay Okay weiter 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 Oh Achtung Oh der Roder ist fast tot Da kam der Haken Ich schieb noch fertig weiter hier Wie krieg ich jetzt ne Ulti gelandet Tja Ah die Zarya ist down Aber ich gleich auch Okay ich kann ein bisschen vom Tag Outback schieben Ist gut Nice Ich schiebe ich schiebe Ich hab den Hanzo Nice Komm schon Blech mit dir Oh Purim Ich lebe noch Oh mein fucking god Ich lebe noch Haha Nice Ja aber jetzt mussten wir noch einmal wir killen Oh Drei von uns tot So knapp Weiß nie ob wir das schaffen Schade Wir hatten bis jetzt gerade sogar Vorteil gehabt Jetzt haben wir Nachteile Das ist ein Oh Es gibt so Nervi Ähhh nein Der sprenkt sich selbst weg Alter Die Viva ist down. Jetzt oder nie. Komm schon, komm schon, schieb, 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 oh Gott, yes. Ja, aber wir haben Nachteil. Wir haben fast eine Minute Nachteil. Puh, ja. Das ist nicht gut. Aber schon von. Das muss jetzt schnell gehen, das müssen, wir müssen am Anfang alle killen. Wie killt man jetzt alle? Apokalypse. Wenn wir es schaffen, in einer Minute den Punkt einzunehmen, ist das ein Anfang. Ich glaube, in zwei Minuten kommen die auch nicht zum nächsten. Das heißt, in einer Minute den ersten Spot clearen, das heißt, wir müssen jetzt alle kills holen. Aber dann geht es doch um, wie weit das Payload kommt, also je weiter das zu besser. Ich glaube, Punkt ist Punkt. Nee, nee. Nein. Meter. Hier geht es um Meter. Weil es ja hier noch mit Payload schieben ist. Ja, aber die Punkte sind ja die Checkpoints. Deswegen haben wir ja gerade 3-3 gespielt. Na, es gibt mehrere Checkpoints. Ja, drei. Ja, aber, nein, ist ja auch egal, du müsstest ja drehen. Nur nicht. Das hier macht keinen Kreis, Mann. Der überlebt und... Ach, das war zu kurz, nein. Ach, scheiße, Mann. Nee, ach, die haben den Rest schon aufgestellt. Ja, den kann ich eigentlich holen, aber ich war zu kurz. Oh, da muss der Hand so dran glauben. Okay, ich bin da. Ja, das war's. Einer muss auf dem Spot. Kann der, ich bin nach Hotwood. Naja, also müssen wir halt auch machen, ne? Zeit für den Spot. Runde 3. abgeschlossen. Punktestand. 3 zu 3. Seitenwechsel. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Ich verschläge. Wie steht's denn? Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Oh, keine Scheiße. Jutsch. Keine Angst, ich reiß mich heute mal zusammen. Zwei Minuten halb, nein. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Geh mal die Hofer und schnapp euch den Bomben. Oh, ich bin nicht oben. Ich leben noch. Nein! Oh, fang. Okay, ich glaube, wir haben verloren. Ich bin noch drauf. Ist das nicht? Ich glaube, ich werde jetzt ansteigen Spotkrieger. Ja. Ich bin down, aber ich habe noch aufgehalten. Mhm. Okay. Okay. Okay, schade. Aber... Kann ich auch wechseln auf sowas? Ich bin noch auf. Ich bin noch auf. Schneller. Schnell dicke Mail. Nooo. Herteil dich den Pump. Da ist keiner mehr. Ich bin die letzte... Oh, vorbei. Fah. Runde 4. Abgeschlossen. Ähh. Enderpunkt der Stadt. 3 zu 4. Niederlage. Highlight des Matches. Ich glaube, es gibt keine anderen Highlights mehr. Außer... Heldin sterben nicht. Aber alles hat seinen Platz. Oh. Oh. Niederlage des Nein. Tschüss.